Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Plus, Gregor ist heute leider nicht dabei. Okay, der ist dabei. Aber heute kommt er nicht ins Video vor, weil diese Spielzeuge sind etwas mädchenhafteres. Deswegen öffne ich sie. Das ist das eine Spielzeug. Hier sind ganz viele Figürchen dabei. Aber ich habe die Spielzeuge separat gekauft. Und das andere ist hier. Das ist so ein kleines Häuschen, sage ich jetzt mal. Und hier ist so eine pinke Figur dabei. Und hier steht, dass es noch zwei oder drei Boxen dazu sind. Diese Spielzeuge heißen Tootsies. Das ist so eine kleine Kollektion, sage ich jetzt mal. Die sind aber nicht in so kleinen Packungen wie bei den Phillies oder so erhältlich. Die sind halt, also wie ich weiß, sind die halt in so welche Packungen dabei. Auch sowas wie das hier. Und ja, los geht's. Falls es euch interessiert, so ein Spielzeug. Falls ihr es auch haben, nirgstet, habe ich es von Ticke Max. Aber ihr wisst, bei Ticke Max sind manchmal Sachen da, aber dann wieder auch nicht. Dann verschwinden sie wieder. Auf. Ich reiße es einfach auf. Okay, also jetzt sind hier mehrere Figürchen. Also das hat zum Beispiel ein Haustier. Aber das Haustier ist jetzt einfach in ein Paket von denen da. Dann habe ich jetzt noch so einen Wal, glaube ich. Sein, so das sind die kleinen Babys, sage ich jetzt mal. Das sind die kleinen Babys. Also das Eagle Baby hat schon ein Igelhaustier. Und das Vogel Baby hat auch noch ein Kudel. Ich wollte noch was sagen, Entschuldigung wegen meinen dreckigen Händen. Ich habe mit Wasserfarben und so gespielt und dann sind sie auf der See in Dreck geworden. Und es geht jetzt nicht so leicht wieder ab. Okay, aber auf jeden Fall packen wir jetzt hier mal das aus. Ich glaube, hier ist ein Haustier drin oder ein Baby. Ja, dass hier ein Baby ist, weil hier auf der Packung stand, dass hier noch ein Überraschungskind ist, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist hier noch ein kleines Kind drin, ein kleines Baby. Oh, das ist so süß. Das ist so ein Känguru-Baby. Und das ist ganz flauschig. Oh, das ist voll süß. Früher habe ich über alles Einhörner geliebt, aber jetzt mag ich Einhörner nicht mehr. Ich liebe jetzt Faultiere und flauschige Sachen und so. Hier ist ein Faultier drin. Ich rede über Faultiere und dann kommt es runter. Überraschung. Was zum... Ich rede über Faultiere und jetzt kommt einfach ein Faultier. Alter, das ist jetzt richtig merkwürdig. Ich rede über Faultiere und da kommt ein Faultier raus. Oh, hier ist ein kleines süßes Kätzchen jetzt drin. Das nächste Haustür. Aber ich habe gemerkt, dass die Haustüren nicht zu den Babys passen. Aber egal, die macht nichts. Das lege ich auch mal zu den Weißen einfach hin. Okay. Nächstes Haustür ist, glaube ich, ein Fuchs oder so. Weiß ich jetzt nicht so wirklich. Und hier ist ein flauschiger Rentier. Ein Pink. Auch richtig süß. Dazu war noch irgendwo ein kleines Zettel. Ich glaube, hier ist dann das Zettel, wo die ganze Sammlung draufsteht. Und alles. Das mache ich jetzt mal auch auf. Hier ist die Karte. Und hier ist die ganze Sammlung von den kleinen Babys. Hier steht dann To Pleather. Dann To Pretty. Und dann hier unten To... Ich kann es nicht lesen, weil es andersrum ist. To Checky steht hier ganz unten. Und hier ganz, ganz, ganz unten steht One Press Tico Limit Edition. Jetzt die erste Kollektion von dem ersten Paket. Und jetzt öffnen wir den zweiten Paket. Jetzt öffnen wir das große Paket aus. Mit einer riesen Schere. Wartet mal. Okay. Dann muss ich einfach mal aufreißen. Okay. Hier muss ich dann schneiden. Zack. Okay. Dann muss ich das aufholen. Steht auf der Anleitung und diese Bilder müssen auf der Seite nicht geklebt werden, sondern reingeschoben werden. Und das sieht so leicht aus auf der Verpackung, aber jetzt eigentlich... Das sieht jetzt aus. Jetzt hole ich das raus. Dann hätte ich mal ein Motorrad raus. Dann den Stuhl. Warte mal. Ich zeige es euch gleich. Okay, dann kann dieses Baby hier auf den Roller drauf. Und dieses kleine, süße Tierchen kann ich hier drauf. Und dann muss hier diese Bank hin. Und dann diese Wege anscheinend hier hin. Schaut das jetzt zum Ende aus. Und ich habe gemerkt, hier sind zwei Plätze. Also kann hier zwei Babys und zwei Haustiere hin. Deswegen nehme ich jetzt mal noch ein Baby und lege es auch hier hin. Ups. Und lege das Pautier auch hier nach hinten hin. Oh, das sieht so süß aus. So, schaut es jetzt aus. Brum, brum, brum. Ähm, und ja, ich zeige euch hier mal noch die ganze Sammlung. Ich lege auch noch gleich die kleinen Türchen dazu. Mit dem Video. Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst, ganz viele Likes da. Damit ich wieder bei einem Video dabei mit Gregor, hoffentlich nächstes Mal. Abonniert diesen Kanal und teilt es mit anderen Verwandten, Kumpels, Freunde, Freundinnen, dass wir ganz viele Abos schaffen. Und dann kommt vielleicht ein Zweck. Tschüss. 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 Tschüss.